Los! Ja! Willkommen zurück zu Left 4 Dead! Yeah! Weil... Mit der Jenny Aka... Ne, Alice Aka Jenny... Äh... Gigi Aka Zahyu Aka Washell Und Pike Aka Coach Coach! Coach! Äh, Hagen Football! Football! Yeah! Ich, 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 ich mache jetzt eine Kettensegel leer! Texer Scherzer Massacre! 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 Jenny, du machst es schon wieder! Ja, wie geht's schon, ich hab' noch wegbreit wollen! Texer Scherzer Massacre! 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 Sorry! Ich will die Piper, geh weg! Ich bin hier für die Pike Bomb anständig! Was ist eigentlich so schlimm denn? Ich sterbe und ihr könnt weiterrennen! Ich darf aufgeholt! Ach, Jenny hat's machen, Mann! Okay! Das ist so sinnlos! Ich will mich umbringen! Ich werde mich jetzt für euch opfern! Komm her! Ich verprügel dich jetzt! Komm her! Komm her, Bitch, Alter! Einmal mit der Gitarre zugeschlagen und schon! Oh, wie süß! Elephant! Hey! Elephant! Das kann ich auch! Oh, wie süß! Ein Elephant! Haben sie bei deiner Gute bestimmt auch gesagt! Oh, wie cool! Man kann hier drauf spielen! So, machen wir mal mit der Pistole! Trotzdem fand ich den Spruch ganz lustig! Warte mal, Pike! Pike! Wutz, Wutz, komm! Guck mal, ich gewinne das Spiel! Ja, Pike, jetzt kriegst du eine! Jetzt kriegst du eine! Ich war Auto! Joggie! 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 Das Helikopter! Joggie! 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 Autoscooter! Cool! He, schön das ihr Spaß habt! Ich werde vergewaltigt! Und das macht mir noch aus Spaß! Das kann nur an dir liegen, Sayo! Na, warum? Was, Leck? Oh, ein Charter! Charter! Hey, ich werd geheilt! Cool! Oh! Du solltest immer aus dem Weg springen, wenn ein Charter nicht ankommt. Wieso denn? Hey, ich leck dich mehr! Bitch! Los, rein im Stadion! Wo ist denn die? Rein im Stadion! Darf sie doch! Das Lustige ist, ich guck sie noch an, weißt du so! Wo ist denn die? Ja, die stand hier, gell? Ja, voll der Mülltonne, Alter! Voll das Kellerkind! Ey, ey, ey! Guck mal, die hat den Müll gefressen! Ja, lass mal sehen! Ist das süß! Oh, wo ist das? Boom! Boom! Ich will ne neue Gitarre haben. Ne, ich will keine Gitarre sein. Ne, ich will keine Gitarre sein. Neul, ich will nicht. Ich will nicht nicht mehr Gitarre sein. Spare doch deine Munition auf Sayo! der Bedeutung die Welt Akio fach jungen erledigt sein fachio mannachladen haben diese komische Spiele das wird man Prozent hier ist er wird hängt da ist es aus wie eine Kuh es war eine Kunde ist er wird hängt ich immer nach oben das ist sogar eine Kuh bei mir ist es nicht verwechselte Kuh Blödsinn jetzt irgendwo ein Tank kommt nach oben ich kletter auch mal nach oben ich hab Angst oh Jani Jenny holt den Tank mal her Jenny holt den Tank mal her ich wäre auf der perfekten Position okay kein Problem und Jenny würde das von Lamm spielen Jenny wo rennst du hin sie soll den Tank holen Molotow äh kommt her ja oh mein Gott ich komme nicht mehr hoch Jenny kommt der Tank warte ich ein Tank hä da ich gar nicht warte mal kurz okay dann glaube ich der ist Jenny nee da ist ein Tank da drin ist einer Smoker Dacia Aua Zombies Mainz meine Lieblingspappe meine Lieblingspappe meine Lieblingspappe du hast jetzt gerade meine Lieblingspappe glaubt Jenny Entschuldigung hier oh wie süß jetzt reißt mir ich da ich fache mich selber ab er geht in der Mäler auf der Mäler hierher der 2 1 Wohen auf 1 Prozent Prozent Lass mich sehen ihr Scheiß-zummi macht die Massive die nicht auf einer Wackern Wohlen gut du hast man auch eine Lieblingspappe Ich schlitze euch auf, ihr Scheiß Leute, kommt hier Oh, oh, Tank What the fuck Leute, kommt, schnell Ich komm nicht mehr zurück Ich muss nachladen Helft mir Okay Oh, 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 nein Oh, Alter Ich hab mir noch was gehört Ich hab ihn gehört Ja, ich würd gern das Medipack haben, wenn eins ist Oh, Charger Kurz vorm, kurz vorm Rand hier Oh, ich ist da nur Medipack Wir sind fast alle tot Ich wär dafür, dass es trotzdem da Medipack ist Ich werd auf die Knapp hier drücken Wir müssen das Tor aufkriegen Ich werd auf die Knapp hier drücken Also ich schiebs jetzt auf die Feuer Ja, ich, ja, ihr müsst mich nur Wo ist Pike? Ja, ihr müsst mich nur beschützen, Leute Und Pike muss nur noch beschützen Los Okay Und komm ganz schön wieder hoch Zwei Drei Los Eins Eins Drei Hilfe Hilfe Drei Tata Tata Monta Äh, Alter, was spielen wir hier? Auch normal Oh, schon auf X Fui Ah, was war das, Mann? Nein, das ist normal Ich hab auch normal gestritten Ich lieg hier und verreckt, ein bisschen Ah, aber, ich sollte helfen, dann ich soll's ja nicht hoch helfen Gleich einfach durchwaschen, wenn ich liegen bleibe oder aber eigentlich bleibt Pech gehabt für den an das kann ich übernehmen wenn die helfen könnte macht es aber ich werde sehen ja ich nicht verkehrt du brauchst Pech wie lass ich zurück sorry fehl bis dahin